Nur droppen die Herder nicht so viel Nahrung, wie ich es gerne hätte. Was ärgerlich ist. Nothing lives here. Ah ja. Schön, dass hier niemand lebt. Hi du. Aber ganz ehrlich, das mit der Stabverteidigung ist gar nicht mal so schlecht. Oh cool. Unsere erste Eisentür. Nichts Knochiges, was wir aufnehmen könnten. Und hier sind die Texturen anders. Das haben sie sich echt gut einfallen lassen, dass die Texturen sich hier verändern. Amakadia, südlicher Eingang, königliches Grab, Universität der Zauberer, Handelsbezirk. Eine Beacon, wie übersetzt man Beacon in dem Fall richtig? Eigentlich ist Beacon ja sowas wie eine Verbindung. Eine Verbindung für die Leute. Möge der König uns alle wohlbehalten sehen. In freudiger Erinnerung oder in ehrenbarer Erinnerung an König Thorum. Ja, das sollte ich mir auch notieren. Also hier mache ich mal eine Notizbrunnen. Hier mache ich eine Notiz. Handelsbezirk. Geschlossen. So, das heißt, ich kann mal... Das hier macht mich irgendwie nervös. Dass da unten... ...sozusagen Eis aufsteigt. Ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich zu lange hier drauf rumstehe... ...ich irgendwie eingefroren werde. Ja, schlagen wir mal den Stein ein und gehen zur Eisentür. Mal sehen. Ob wir die irgendwie geöffnet kriegen. Ob sie sich von selber öffnen, wenn wir einfach hingehen, meine ich. Nicht direkt, aber hier ist ein Amethyst-Gem. Was mich darauf bringen könnte, dass es vielleicht hier auch irgendwann Händler gibt. So, wir können jetzt da unten weiter. Weil hier können wir nicht durch. Hier ist kein Symbol an der Wand. Hier ist auch nichts an der Wand. Auch nichts. Nichts. Hier ist nur die Inschrift. Und ja, die können wir nicht kaputt machen. Die wahrscheinlich auch nicht. Und ich sehe auch nichts hier, woran man klicken könnte. Da unten stehen zwar die... Fußverzierungen hier ein bisschen unterschiedlich ab. Aber... Das ist auch nicht wirklich... ...tragend. Ja, hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich auch nicht weiter. Eisentüre. Ach ja. Eisentüre. Können ja keine Umlaute. Das Spiel kann ja leider keine Umlaute. Ich überschreibe noch mal sicherheitshalber den Spielstand. Und ja, ich... Man merkt, ich speichere oft. Och, nö. Nö. Hi. Das wird ekelhaft. Aber sowas von ekelhaft. Bis jetzt ist aber noch niemand vergiftet worden. So, du brauchst deinen Speer wieder, weil du hast nicht mehr genug Energie. Genau. Verbrennen wir uns einfach selber mal. Nimm den Haidrank. Dann kann ich nämlich später, wenn wir nochmal bei den Brunnen ankommen sollten... Mal gucken, ob ich die mit Wasser füllen kann. Und jetzt mal kurz schlafen. Damit die beiden ihre Energie regenerieren. So. Das ist aber nicht der... Eine Handachse. Davon habe ich schon eine. Ich nehme die aber mal mit, falls ich mal... Ah, ich bin doof. Falls ich mal Druckplatten beschweren muss. Aber ich... Ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich könnte ja... Theoretisch... Ähm... Die Druckplatten beschweren... Die Druckplatten beschweren... Bei dem einen... Feuerrätsel... Hi. Und ich habe schon wieder die Fackel vergessen rauszunehmen. Tauscht das mal, dass das... Hier richtig rum ist. Oh, gut. Pfeile. Zwei Pfeile. Oh, oh. Ähm... Ja. Level-Ups. Gut, die verteilen wir gleich mal. Das heißt... Missile-Weapons jetzt. Damit ich bald mal Pfeile benutzen kann. Eigentlich hätte ich ja gern den Eis-Zauber für die Regeneration. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So... Eis-Shorts. Würden so gehen. Das war jetzt geworfen. Das war wieder nichts. So, wieder runter damit. So, Tarion. Da ich immer noch keine Schwerter gefunden habe. Na doch. Gebe ich mal Punkte für 5 mehr Leben. Und du brauchst... Erdmagie für eine Magic Armor. Nee. Combat Caster. Mehr Air Magic würde ich mal erst mal sagen. Mhm. Leinkloff macht Attack Power höher. Ja. Geben wir mal... Den für mehr Attack Power. Und ein geheimer Sack. Mit einer Leather Cap. Die kannst du mal behalten. Wenn du dann Evasion nämlich auf... Also Dodge auf 17 hast. Kannst du leichte Rüstungen tragen. Ein blauer Edelstein mal wieder. Und was zu essen. Die Stacken leider nicht. Deswegen packe ich sie mal so... Hier rein. Ich hoffe mal, dass es gibt... Später Händler. Wenn ich schon sowas finde, dann... Kann ich sicherlich damit irgendwie handeln. Oder so später. Tethered Cloak. Noch eine Sling. Ja. Kraut. Was fange ich mit dir jetzt an? Essen kommt ja hier rein. Hier kann ich mal die ganzen Schlüssel reinpacken. Obwohl, ne. Schlüssel... ...sollten... ...da rein. Bleiben. ...den Speer erst mal wieder. Da können eigentlich die ganzen... ...Gegenstände so rein, die wir... ...erst mal nicht brauchen. Vielleicht später mal brauchen. ...um Sachen zu beschweren. Und das war's hier. Ja gut. Das Brunnengebiet ist... ...ein ganzes Stück wieder zurück. Daran kommen wir ja vorbei. Schönerweise. Hier ist nichts. Ja, das Ding hier sieht auch nicht ganz so danach aus, als ob's aufgehen würde. Doch, geht es. Oh. Du bist eine Druckplatte. Eine Notiz. Ein Schädel. Was zur Hölle? Ach du, meine Güte. Warum kommt da ein Opa? Au. Wasserflasche. Keine Ahnung, was hier bringen soll. Also ja, hier kann ich meine... ...Flaschen mit Wasser füllen. Lesen wir mal die Nachricht. ... ... ... ... ...